Wir suchen dich. Wir von dmtoys suchen einen Modellbahntechniker für unser Team. Bewerb dich jetzt. Wir produzieren hier Gebäude, Zubehör und 3D gedruckte Teile. Also alles, was landschaftlich drumherum um die eigentliche Modelleisenbahn herum passiert. Hier mache ich zum Beispiel Sound-Einbauten. Ich kriege alle die speziellen Aufgaben. Alte Loks, die umgerüstet werden müssen, die sind ja nicht auf dem technischen Stand von heute. Da müssen Platinen verändert werden, Leitungen müssen verfolgt werden. Und man muss auch ein bisschen Elektronikkenntnisse haben. Das ist gerade heute sehr wichtig. Als Modelleisenbahntechniker ist es hier in Spuen doch noch sehr viel Arbeit an Digitalisierungen. Und so muss die analoge Lok digital umgebaut werden. Dann bieten wir noch Sound-Einbauten an. Wir sind auch Servicepartner für viele andere Hersteller. Was muss man mitbringen, um bei uns im Team zu passen? Man muss flexibel sein. Man braucht Ruhe. Es muss das Hobby sein. Es ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man auch das Thema lebt und nicht vielleicht aus einem ganz fremden Bereich kommt. Man sollte ein ordentliches Fachwissen an Modelleisenbahnen generell mitbringen. Wie ist eine Platine gestaltet oder wie öllichen Motor oder Radsätze etc. begehen. Es ist definitiv von Vorteil, Modell-Eisenbahn-Modellbau schon in der privaten Vergangenheit als Hobby gehabt zu haben. Ich habe jetzt zum ersten Mal im Leben auch mal einen Beruf, der eigentlich zugleich mein Hobby sein kann. Ja, das Team ist ein cooles Team. Echt. Macht Spaß mit den Leuten. Mit allen komme ich sehr gut aus, sage ich mal so. Es gibt da keine Probleme jetzt. Wir haben ein gemeinsames Hobby, dann bewirb dich doch einfach bei uns als Modelleisenbahntechniker. Bewirb dich jetzt!